So, und ja, drei relativ easy Sachen und zwei schon wieder die ein bisschen... Story for the Poetry Section Wo steht irgendwas an der Wand, was mit Gedichten zu tun hat? Ich hätte zuerst einen Werbeslogan gedacht Ich bin grad schon wieder überfragt Ich bin grad sicher, ich bin grad schluggen, aber ich bin grad voll Was man dafür machen muss, das ist gerade Okay, ne, warte mal hier nicht Okay, ähm Ich mach das jetzt mal alles nach der Reihe Warte mal kurz Irgendwas? Was? Nein, lass das! Hä? Ich bin gar nicht drauf gekommen Warum öffnet sich Streamlabs? Leck mich! Was ist das? Ich streame nicht! Mann, das ist scheiße aber auch Hab ich gerade gestreamt? Welcome back to Lois Okay Ich, äh, krieg ich hier was What are you special today? Ähm, ein Glas Wasser Ja, fancy Wasser Und man kann das Glas behalten Thanks Ich denke, ich war wirklich sehr durstig Okay See ya Wir haben das Glas mit Wasser Ich hab ein Glas mit Wasser Oh nee, ohne Wasser Okay, das muss ich aufhüllen Okay, das muss ich aufhüllen That should do it Kann ich das trinken? Okay Sie trinkt es nicht Ähm Ja Ein Glas Wasser Kann man das hier Kann man das Poster abmachen Pull down Und da haben wir ein Foto von Ransom So Und für das Letzte Wirklich für das Letzte Aber richtig das Letzte Ganz ehrlich Das sind echt so Rätsel gerade Auf die ich nie gekommen wäre Leute Das ist Boah Jeder von den Leuten Wirklich die vier Die beiden Agents Ransom und Dolores Haben alle gekotzt Als sie, ähm Die Hot Dogs gegessen haben Da bin ich doch nicht so Guck nach Hey Kann ich denn da was bestellen? Vor allem, dass man dann Ja Okay Ähm So Push right Hier soll nämlich Look at note Das steht Creepy Eyes Creepy Nose Creepy Feet Creepy Toes Happy Valentine's Day Ja That's a good shot Warte Die Augen von, ähm Vom Schädel folgen uns Stell dir gerade fest Okay Okay Ähm 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 Kann ich das jetzt abgeben Hallöchen So Natalie Ich habe hier Ähm Die Assignments Oh, diese look great The Prototype Is now over Ja Schön So Und spielen 188 Ja Ja Zehn mehr Okay Das heißt zwei Zwei Runden noch Okay So Kamerafeinden So Look in Und was haben wir hier zu tun Our bed Thimbleweed Drinking Water Quality Photo of a person Doing a dangerous job Story on a Home Demolition Bird's eye Viewing Of the town History of Tiny clocks Ähm Gleich das Good bird Das heißt quasi eine Satellitenordnung NIFOSO So Trinkwasserqualität Ähm Okay Ah Da habe ich eine Idee Da hatte ich doch was gelesen gehabt Sieh so Was das war Ähm Für Das mit dem Poster War das Die Lösung Und Deswegen Ähm Vermutlich Weiß ich Was hier zu tun ist Wann mal Pick up Man kann mit dem hier So Trinkwasserqualität Wo gibt's denn hier bitte schon noch Wasser Okay Ähm Idee Ich hole mir noch ein Glas Wasser Füll den auf Warte Trinkboden Vielleicht Das gibt's auch noch Muss ich vielleicht nicht das mit einem Glas Wasser machen So Wo gibt's denn sonst den Drinking Fountain Nein Der bringt nichts Okay Äh Wenn ich schon mal hier bin Könnte ich ja Warte mal Tiny Clocks Wie ist das Geschäft Wie ist es nicht Es ist booming Sorry Ich habe einen Hund 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 Ja Ja So History Tiny Clocks Okay Birds Eye Vogelperspektive Wo könnte ich denn Home Demolition Demolition heißt übersetzt Oh Ja Jetzt öffnet es Demolition Demolition Abriss Okay Forder of a person Doing a dangerous Gefährlich Eine gefährliche Arbeit So Was könnte als gefährliche Arbeit gelten Polizist So Ich mache dann Ähm Von dem Typen mache ich jetzt ein Foto Okay Okay Wer macht sonst einen gefährlichen Job Der Coroner Ne der bestimmt nicht Warte Kann ich damit irgendwas machen Okay Ich weiß nicht was mir das bringt Aber Story on Home Demolition Demolition ist ja Abriss Oh Haus Abriss Oh Oh Nase Oh Nase Scheiße Hat er vielleicht Einen gefährlichen Job Warte Nein Hat er nicht Ich habe nur drei Fotos Ich habe bisher nur Eins geschossen Geil Okay Äh Waterqualität Ähm What can I do for you Ähm Fried frog legs Oh Gott Mit Tartare Soße Ähm Ja Ein Glas Wasser mit Eis Gefiltertes Wasser Okay See ya Ah warte mal Ich wollte ja gucken Ob das was er macht Als gefährlich gilt Nein Dann habe ich keine Ahnung Hä Quickie Pal Okay Wasserqualität Ah So Okay Das reicht als Wasserqualität Sehr schön Ich habe zwei Äh Dangerous Job Oh Gott Oh ich habe eine Idee Ich habe eine Idee Was den Abriss betrifft Ich äh Eins 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 Ich bote auf die neue Fotos Ist ein bisschen weit hergeholt Aber das waren die anderen Ansätze auch So Hallöchen Nathalie Ich brauche neue Fotos Ja nur zwei Sachen Die gefallen werden Schön Eins findest du nice Aber stein Das letzte Oder vorletzte Ja Ist mir schon klar Ja